Ja, und Robert fängt langsam an aufzuholen. Seitdem ich ihm einen pinken Shattertail gegeben habe, geht das wieder. Da zeigt er mir, wo der Hammer hängt. Wollen wir mal gucken, was da hochkommt. Geh ich ins Kraut. Wir gehen gerne ins Kraut. Da können sie vor dem Grund mal ein bisschen abbremsen. Kommt er. Da geht er. Da kam er. Der Nackengriff funktioniert auch ganz gut. Ja, sehr schön. Robert, ich muss mal einmal hier hin. Da habe ich nicht so viel Sonne. Shattertail, 60 Gramm Kopf. Das funktioniert bei Robert. Das läuft. Das läuft. Sehr schön, Tetri Hai. Zeig mir nochmal den Schwanz. Jawohl, wunderschön. Ja, tolles Tier. Ding. Super. Pollux, Ding. Shattertail, raus.